Prozent bei der Lüge oder war 3 Prozent bei der Klinik Rohr so wirklich nicht nur die Klinik ein Einheit repariert. Einheit bereit. Melde mich wie befohlen. Wird bearbeitet. Wird bearbeitet. Bestätigt. 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 Wird gebaut. Einheit repariert. Wird gebaut. Oh Gott, was ist die Transporter hier? Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Dafür ist der Kompetenz nicht. Bestätigt. Aaaaaaah. Einheit repariert. Einheit bereit. Wird gebaut. Der kommt jetzt hier auch nicht raus. Das schon. Einheit repariert. Einheit bereit. Deko. Max ist so. Max auch so gern Deko. So. So. Das probieren wir um die zweite Base auch mal. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit repariert. Einheit repariert. Erinnert mich von irgendwie bis zum nächsten Mal vielleicht irgendwas. Freundschweine genau. Ja. In Ordnung. 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 Jetzt kommt das mal wieder hoch. Das war auch gefahren. Ich mach mir nix kalt. Ja. Also richtig kalt. Was. Die Nasse. Der Scouten hier. Einheit bereit. Wir können ein bisschen schon mal auf den Sack gehen. Nähmen. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ach, sag ich doch, dass er später kommt. Alle nehmen wir den mal mit. Mit Schwererzeugen. Verstärkt. In Ordnung. So. Da rein. 1d In Ordnung 1d R النstürme 1d 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 Bara, te lo, iso tue Ah, die is fies gegen uns Fafriker 1d 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 2d 1d 1d 3d 1d 2d 1d 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 die schluchstück gehen so ein fettes Maschinen Ding mit so einem kleinen Transporter auf jeden Fall das heißt so ein Krono oder Krono Transporter oder ist noch ein MMBF mobiles mobiles Baufahrzeug noch mal kleiner so Mini-Mbf wahrscheinlich treiben sie zusammen Pass auf mal ein Panzerchen rein und so gesehen die Invasion nicht starten und Leute ein bisschen Kohle muss hier nur sein das ist jetzt nicht euer Ernst ne die stehen jetzt stehen still Gebäude verkauft Gebäude verkauft Gebäude verkauft wird gebaut verwarten die Befehle in Ordnung das ist so krass das ist das ist ich will die Invasion beginnen ja 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 ne oh Gott nein was ist jetzt los kein Emulator lag achso wir speichern das erstmal aus dem Weg obwohl ja erwarte ihre Befehle in Ordnung 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 aus Zufall ab aus Zufall ab die richtigen Transporter auf ja jetzt kommt nämlich der Baum in Ordnung 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 Lust mit lustig der Arsch in Ordnung 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 Einheit verloren, der Amin ausgeliebte Felsor. Oh mein Gott. Platz fahren! Oh ja! Was? Die V2 kann überfahren? Ja! Manikens! Verstärkungen sind eingetroffen! Die schlägt vor zwei Augen! Was brauchen wir hier? Wir haben gebaute! Aufräumteam! He! Oh nein! Aufräumteam! Aufräumteam! Können wir ein paar Umhote bauen? Wir haben doch noch fünf! Wir haben verloren! Wir haben gebaute! Ah! Weg sind sie! Hehehe! Sack! Das ist das! Taifung! Das sollte reichen! Wenn ich dann fliehe ich! Irgendwie weil der Zerstörer da oben ist! Dann haben wir alles in Ordnung! Schreie! Hallo! 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 Ach wir haben auch noch! Leider! Da sind noch mehr! Da sind noch mehr! Doch! Oder haben wir noch was übersehen? Das ist beträuflich! Ich hab das Radar verkauft! Ich hab das Radar verkauft! Sammler! Der Milchsturm wieder ein bisschen eher zu liegen! Oder? Gott sei Dank! Das ist schon Nirgf! Ich weiß nicht! Wir sind zu reichenden Verlangenzimmern wo wir das nicht hier rein! Ja, Sir! Eheh! 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 Jaa! So die Pär hier suchen und dann war es das! Aber! Das ist erstens mal hier! Ja, Sir! In Ordnung! Wir haben doch hier noch einen! Der war ein neuer! Oh, den Einsatzfahrzeug. Einsatzschiff. Ich mach hier alles ab. Ich hab doch noch so ein kleiner Ziehüben. Such die Juden! Nein, Scherz. Ich bin natürlich nicht wieder alt. Ich bin nicht Judenfeindlich. Ich lass hier noch weiter. Wir müssen nur ein paar Schiffe rumtreiben. Tja. Ich mach solche Suchdinger nicht. Ich weiß es auch. Na? Was ist nichts los? Das Spiel hängt. Ach, wieder Emulator-Lag. Geht gleich, äh, lag. Geht gleich, äh, lag. Geht gleich, äh, lag. Geht gleich hoch. Ja. Ah. Ja, der Emulator spackt ein bisschen rum, aber ansonsten funktioniert der einwandfrei. Ah, ich seh was. Volle Breitseite! Die werden gehen gar nicht. Nein! Scheiße! Na, wird's leicht. Helft doch mal! Ah, ein Satz erfolgreich. Wunderbar. Ach, geht doch. Ein gewungener Abschluss. Naja, irgendwie nicht. Na, fast halt. Ah, ja. So, wieder was für YouTube. Endlich. Oh, mein Nacken. Ah, so. Zum Abschluss noch hier das Passwort für die Leute, die unbedingt in dieses Level wollen. In das nächste Level wollen. Schon mal vorspielen wollen. Ja, weil das nächste, der nächste Park kommt bald anders. Also, soweit von uns hier. Euer Kaka in der Westbrook-Boy und auf Wiedersehen. Yo, Joey.